Meghan M.A.R.K.L.E.S. Sonderbehandlung. Könnte andere Mitglieder der königlichen Familie wie Sarah Ferguson, verärgert. Haben? Behauptete eine königliche Expertin in einem Dokumentarfilm. Ein Dokumentarfilm über das Leben der 61-jährigen Sarah in der königlichen Familie. Einschließlich der Scheidung ihrer Ehe mit dem zweiten Sohn der Königin, Prinz Andrew, wird an diesem Wochenende gezeigt. Meghan, die am Mittwoch 40 Jahre alt wurde, und ihr Ehemann Prinz Harry, 36, traten im vergangenen Jahr dramatisch von ihren königlichen Rollen zurück. Der Herzog und die Herzogin von Sussex zogen dann nach einer großen Kluft zwischen ihnen und anderen Royals. Darunter Harrys Vater Prinz Charles, nach Nordamerik als Meghan sich jedoch darauf vorbereitete. In die berühmteste Familie der Welt einzuheiraten, wurde sie von Harrys Großmutter, der Queen, mit offenen Armen empfangen. In einem großen Bruch mit der königlichen Tradition wurde Meghan eingeladen, Weihnachten auf dem Anwesen der Königin in Sandringhem zu verbringen, während sie und Harry noch verlobt waren. . Diese Ehre war in der Vergangenheit nur königlichen Ehepartnern vorbehalten und könnte daher andere Familienmitglieder verärgert haben. So die Journalistin und königliche Kommentatorin Ashley Persson. In der Dokumentation, Secrets of the Royal, The Markels vs. The Monarchy, aus dem Jahr 2021 sagte sie. Diese außergewöhnliche Sonderbehandlung hätte möglicherweise andere Familienmitglieder verärgert. Vielleicht Andrew und Sarah. Denn Sarah Ferguson war bekanntlich nicht eingeladen worden, Weihnachten dort zu verbringen. . Als ihre Töchter und ihr Ex-Mann dort waren. Sarah Ferguson, die Herzogin von York, ist die Ex-Frau von Prinz Andrew, dem zweiten Sohn der Queen. Das Paar war bis zu seiner Scheidung im Jahr 1996 zehn Jahre lang verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie. . Der Herzog und die Herzogin von York leben noch immer zusammen in der Royal Lodge in Windsor. Obwohl Sarah, die auch als Fergie bekannt ist, seit ihrer Scheidung daran gehindert ist, mit ihren Töchtern Weihnachten in Sandringem zu genießen. . 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